Moin, Zockerfreunde! Willkommen zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima. Und wir müssen da rein. Die Frage ist... Ach, guck mal da, da sind noch Verbündete. Wir sind hier schon gekommen. Aber wir sind hier, wenn wir in Mokko verliehen. Geh da! Wir gehen gleich! Soll ich da hochkommen? Okay. Vielleicht so. Ich habe es jetzt gesehen. Planen wir den Angriff. Müssen wir die erstmal ausschalten. Wissen? Ich habe es gesehen, dass ich eine große Angehörigen habe. Ich habe es gesagt, ich habe es gezeigt. Du bist hier auch immer. Bleiben Sie mit den anderen Schatten. Soll es sich die Angehörigen zu finden? Ich habe die Angehörigen zu haben. Wir müssen uns auf die Angehörigen zu haben. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Können aufs Dach. Aber gut. Das klappt gar nicht so gut. Jetzt sind sie da schon am Kämpfen. Oder wie, oder was? Wo sind die jetzt? Voll in die Enge gedrängt hier. Okay. Das war jetzt nicht so gut. Wir warten das noch mal. Ne, da will ich hin. Das war jetzt nicht so gut. Das war jetzt nicht so gut. Ich würde sagen, da war jetzt aber eben ein bisschen Soundfuck, oder? Ach, was mache ich denn da? Ich habe mich jetzt lang genug blöd angestellt. Das war jetzt nicht so gut. Ich würde mich noch nicht so gut. So, die sind mir schon alle auf dem Dach. Na gut, die wollen anscheinend, dass ich ein bisschen mit dem Bogen hier mitmache. Ach weißt du was, das ist mir zu blöd. Warum ist denn der so blind? Das ist Pausen mal geiler. Das ist ein bisschen mit dem Bogen hier. Das ist ein bisschen mit dem Bogen hier. Alter, hier ist noch viel, also was heißt, nicht geschnallt, was ich zu tun habe, aber das ging schon mal besser. Ach, sei das Pferd ungehauen. Ach, das ist heute nix für mich. Der Sound kam auch ein bisschen spät. Ich glaube, nach der Folge muss ich mal ein Spiel neu starten hier irgendwie. Irgendwie habe ich einen Soundbuck. Was haben wir denn da? Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber ich höre das sehr doll verzögert. Ich habe mich nicht verletzt. Ich hab dich... Okay, ich muss das mal eben... Wir machen hier mal eben einen Cut. Okay? Wir sehen uns sofort wieder. So, da bin ich schon wieder. Ähm. Ich glaube, das war jetzt besser. Ich glaub, ihr hattet den Soundbug, nicht? Den hatte nur ich. So, da hab ich... Ups. Ich... Wollte schon gern mal. Okay. Hey! Schöne Nebengesprung. Nice. Der sah gut aus. Ah. Alles voll. Aber irgendwie gibt's die hier voll viel. Schöne Nebengesprung. Die Schöne Nebengesprung. Was ist das? Ah, ah, stimmt mit euch jetzt nicht, ähm, ich muss mal eben gucken, falsch, ah doch, das geht noch. Okay, da wurde ich noch hart gekämpft. Oh. 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 Verdammt! Okay, auf geht's. 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 noch mal durch das gesehen auf jeden fall ist hier nix also auch ihr könnt nichts upgraden oder so es sind jetzt auch nicht unsere leute das ist auch klar also was heißt also hier ist schon was ich mein kein dorf oder kein tempel der hier irgendwelche leute die juni kennt und die sich jetzt hier mal kurz niederlassen ist der ganze kram hier wieder gebraucht wird von unserem onkel der ja auch nicht mehr so gut auf uns zu sprechen ist muss man ja auch noch mal so sagen gehen wir mal aus der sonne sind leinen das was gott war das wirklich so groß hier das gebiet schon gar nicht mehr so im kopf in den mongolen zelten da ist ja meist noch was drin was wir noch machen können ist schon mal die tracht des reisenden ein häuschen hier noch klein viel macht auch miss dass das rechnet sich jetzt alles hat so die vorräte das ist ja also mit das was wir am meisten brauchen da unten waren wir ja zum beispiel auch noch gar nicht das gab in dem haus da oben waren aber die zählte auf jeden fall die haben wir noch nicht weil wir sind ja von der von da oben gekommen ein bisschen leder und das war's was wie sieht's denn aus plane den angriff ah ok da müssen wir da wieder hin und da gehen wir auch mal hin nein schnell reise und dann würde ich sagen verabschau ich mich jetzt schon mal bedanke mich fürs zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder bis denn 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 bis denn